Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNS 22 im Grow 22 Projekt, meine Freunde. Und ja, wir sind am Ansehen der Felder, wir hängen ein bisschen hinterher. Und das müssen wir jetzt mal langsam wieder ausgleichen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen zu viel vollquatschen lassen in der letzten Folge von dem McManus. Das war natürlich nicht so pralle, muss man ganz klar sagen. Aber, wir müssen schneller werden. So. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist schön für Tino und Skadi. Freut mich wirklich. Er kommt es am Ende auf Schnelligkeit an. Ich dachte nicht, nein, es kommt nicht auf Schnelligkeit an. Es kommt nachher darauf an, was für Quests wir machen. Nachher unterscheiden sich die Quests E. Und wenn wir zum Beispiel in Schafe gehen und Tino geht in Felder, dann werden die Quests auch anders und so. Also hier geht es nicht nach Schnelligkeit, sondern nach anderen Kriterien, die ich leider selber nicht weiß. Welche Buchstaben haben wir noch einmal? Cordula? Ja, Damon? Wollen wir noch mal das Wort angehen? Ich glaube, das ist nämlich jetzt lösbar. Das Wort? Ja. Ja, dann nimmst du das, wenn du eine Idee hast. Cordula, bist du das? Hallo, Wolfgang! Ja! Cordula! Mein Schätzchen, komm mal her hier! Weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt reagieren will. Cordula, jetzt sei das nicht so. Hat der Demian dir schöne Grüße ausgerichtet? Ja, der hat gesagt, ich soll mal deinen Dudelsack durchpusten, du. Ich bin jetzt hier. Ja, der lacht 20 Jahre auf der Scheune oben. Der ist total eingestaubt. Der muss mal richtig abgeblasen werden. Ja, das ist ja kein Problem. Ich bin ja Profi. Ja, hast du richtig Luft in der Lunge? Na aber, du. Ich bringe dir fast zum Platzen. Den Dudelsack? Ja, na klar. Was denn sonst? So eine starke Bläserin bist du? Halt, die ist ja fest. Ja, das muss man mal gesehen haben. Da wird mir gleich warm ums Herz, so als alter Dudelsack-Liebhaber, ne? Ja. Der kann ja eigentlich gar nicht so verstaubt sein. Aber Cordula? Ja, Wolfgang? Soll ich dir was sagen? Sag mir was. Ähm, der Demian hat mir gesteckt, dass du gerne Schlager hörst. Ja! Unbedingt. Ich würde gerne mit dir aufs Dings-Konzert gehen. Was ist ein Ding? Das Ding kenne ich nicht. Ich habe zwei Karten für uns besorgt. Aber für wen denn? Na ja, wie heißt der, der die 19-Jährige hier hat und eine Zubei abgehauen ist? Äh. Wendler. Ja, ja, für mich, Eil. Da habe ich zwei Karten für uns, Cordula. Aber den Wendler? Den Wendler. Da wollen wir mal einen abwendeln. Oh du, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist egal. Ja, und was schließt du denn so? Na, na, hier so. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei. Das ist immer frei. Nee, wie geht's weiter? Dann ist es Sommer. Sommer. Ja. Ja, und weiter? Weiter? Ja, oder ähm. Ähm. Über den Wolken. Ja. Ja, ja, ja. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Genau, genau. Oder atemlos durch die Nacht. Oh, stell dir mal vor, wir zwei atemlos durch die Nacht. Na ja, du, wenn ich einmal geblasen habe, bin ich atemlos. Das sage ich dir aber. Ja, bist du... Mit dem Dudelsack. Geht's dir auch immer so, dass du so Luftprobleme hast, wenn du den Dudelsack richtig durchgeblasen hast? Ja, da kriegt man ja schlecht Luft, weißt du. Ja, da muss ja auch viel Luft rein, ne? Ja, ja, eben. Bevor es rausdudelt. Ja. Cordula Grün. Ja. Ja. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Ich sterbe bald, weil ich bin alt. Wie, hast du nicht nur gesagt, bei dir ist alles fit? Na ja, klar, ist alles fit, aber du weißt doch, wie es ist, im gewissen Alter kann das doch von euch auf morgen, zack, und dann kommt die Jubsbotschaft, na, kannst du auch nichts mehr machen. Ja, gut, ist ja nur für dich eine Jubsbotschaft, ne? Ja, ja, klar. Und dann ist das ja nicht so schlimm. Ja, deswegen wollte ich ja mal sagen, ich habe nicht viel Zeit zu verlieren. Ja, du meinst, du willst noch ein paar Übungsstunden für den Dudelsack kriegen? Richtig. Ja, kann ich nicht verstehen. Nee, ich wollte fragen, ob du ein bisschen Bock hast, hier am Feld zu knutschen. Was? Naja, dann machst du mal hier dein Netz da hoch, und dann knutsch ich mal ein bisschen, ne? Ja, was denn? Geht dir zu schnell, oder was, Cordula? Ich bin zweifacher Bingo Europameister. Oh, Bingo Europameister? Bingo! Quasi, habe ich perfektioniert? Ja, das merkt man. Warte, konnte ich dir ein Mais kommen. was kann ich machen da muss ich aber nach hause gehen kommst du mit es gibt mir doch noch ein bisschen schnell ja das dachte ich mir im moment so einer bin ich gar nicht wie kommst du gleich um die ecke ich gehe doch nicht gleich mit jeder nach hause wir kennen uns doch gar nicht das was wir zum wettler konzert ja ja okay dann lernen wir uns da ein bisschen kennen da kann man so gut quatschen da ist so schön ruhig aber sonst habe ich meine frage und zwar ich habe nämlich den damien schon mal angequatscht ob wir vielleicht bei die buchstaben abgleichen wollen um vielleicht schneller aufs lösungswort zu kommen hat er mir erzählt ja ja aber das problem ist es muss halt so ein bisschen auf der gegenseitig vertrauensbasis sein also das heißt ihr müsst uns die richtigen sagen und wir euch ja das ist ja auch wieder blöd erkannt naja aber wollen wir das mal machen oder wollen wir das nicht machen weil mir geht das auf den sack hier ständig in der roten autos her zu rennen sie auch schon ein bisschen schlecht weiß also ich sag mal so ich glaube ich glaube nicht dass wie das eine von uns ein rotes auto sieht was der andere nicht sieht weißt du ja dann hast du uns doch einfach mal ein paar buchstaben so jetzt von vergleichen so in den raum werfen dann wird man buchstaben in den raum den ihr so gefunden habt dann fange ich an und zwar ein f wie friedrich ja okay habt ihr das auch ist das haben wir auch ja du bist dran okay wir haben ein set gefunden ein set ja bett wie sie wie zitteraal zu dieser salat nee nicht dass sie soll es ist das ja zitteraal ist das schon wieder ein anspruch also ein set haben wir noch nicht aber das ist gut warte mal das schreibe ich mir auf okay alles klar bin ich wieder dran aber warte wie voll wie lange wollen wir das jetzt machen hier ja ich habe gedacht wir gleichen einfach mal ein paar ab okay ja gut dann bist du wieder dran ja warum denn blind das ist doch voll fair wir haben den es wie siegfried der ist blinder als ich damit du das kannst du wissen das stimmt es ist fried es ist siegfried ja 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 okay habt ihr das schon jetzt haben wir auch ja okay du bist dran okay dann haben wir ein t wie tussi tue ja wie tussi sage ich ja oder tipp für schringe ich liebe tippen für schringe ne mag nicht so mit büschringe ja voll lecker schön gebacken schön paniert ja und dazu zwei drei panierte bienen mit drauf ja jetzt schon wieder da bin ich gut alles klar naja pass auf danke für das z das haben wir doch nicht das hatte die noch nicht aber du musst uns andere buchstaben geben den wir noch nicht haben ach so welche habt ihr denn noch nicht ist eine gute frage ein buchstaben geben aber du hast du zwei gegeben die noch nicht hat ist ach so okay dann gebe ich dir ein buchstabe und zwar f wie fischgräte das hat man doch schon das f hat man das schon ja auch verdammt da hast du zwei gefunden ach so über der ja also wir haben wir haben 2011 ja stimmt echt weil es aber der gut jetzt ist halt die frage waren es die gleichen autos sagen wir was anderes okay aber ein buchstabe haben wir zweimal echt welcher der war auch auf zwei unterschiedlichen autos tatsächlich einmal auf dem lkw und eben auf so einen kleinen traktor was macht sie denn da wenn ich mal fragen darf welcher ist das wie welcher ist das ja buchstaben ach so das ist der buchstabe war der ganz kurz muss ich einmal nachschauen die auf einen schlauen zettel elvi luxemburg da wo ich mein konto ab elvi luxemburg den habt ihr zweimal den haben wir zweimal ja der war einmal auf so einem lkw und einmal auf so einem was waren das war das traktor nee das war so und so und so und so und dann hier wie wir auch haben hier mit so ein kleiner transport irgendwas keine ahnung aha ja gut okay naja hatte es nicht so viel neues für mich ja aber mit dem mit dem doppelten da bin ich mir nicht sicher gewesen ob er den hat und jetzt noch ein neuer quitt weiß ich hab dir viel gesagt da stimmt gar nicht drei aber ich habe einen neuen von dir und du hast auch neun von mir so mal quitt naja gut dann sind wir halt quitt ja gut dann gehe ich mal wieder ne alles klar und zum blasen noch ne ja gerne gut super tschüss tschüss daimen ja hallo hallo na wie weit bist du helft habe ich hälfte ok gut ich weiß nicht so richtig mit wohin mit mir ja so jetzt sag mal wir vertrauen dem nicht dem wolfgang ne auf gar keinen fall also auf gar keinen fall gut ich auch nicht okay wollen wir jetzt noch mal die buchstaben durchgehen ja meintest du meinst du bist ja meint dass wir da jetzt schon was daraus bilden können ja was die gerüchte so der stadt sagen ja die gerüchte der stadt was sagen denn die gerüchte der stadt dass man das wort wohl lösen könnte aber aber du glaubst du dass man es lösen kann und du weißt nicht also du hast noch keine idee was es ist nee nee okay also was mich ein bisschen irritiert ist dass wir nur ein vokal haben entschuldigung zwei vokale hast du denn irgendeine herangehensweise leider nicht ich weiß nicht ob man sich vielleicht die punkte hätte aufschreiben müssen ich weiß nicht ob die das war immer in der bitte ja ja ich glaube schon ich glaube die wörter sind also warte mal guck mal wir haben ja jetzt schon solche sachen wie bi verbildet wie survivor wie tf2 heute haben wir noch mal vorne half farmer bekommen das sind ja alles irgendwelche projekte da sind wir uns ja einig ich denke ich könnte mir schon vorstellen dass das halt irgendwie ein tipp sein könnte das könnte sein für das endwort dann kommst du vielleicht mit den buchstaben auf das wort projekt nicht mal ansatzweise das projekt haben wir auch schon genannt das haben wir doch schon am anfang mal versucht das hat nichts gebracht hast du dir die eigentlich auch aufgeschrieben die buchstaben ne du hast mir einfach blind vertraut soll ich dir einmal durchgeben dass du die auch hast gut also ich habe so hast du da gerade ein blatt vom block abgerissen mein blog erst mal freigebäumt dann sag mal an gut also ich habe ein f wie friedrich ja a wie anton ja es wie siegfried ja l wie ludwig ja g wie gustav ja n wie nordpol ja p wie theodor ja g wie gustav ja noch mal zwei gg gustav ja und u wie ulrich und hier fahren gerade hier fährt gerade aber ich habe noch ein p warte mal was stehen da eine inis inis pfp und enis und mit 10 10 warte mal sind hier nicht vier ich krieg die ganze zeit nur drei anis ist zwar und ende 10 10 ende jetzt weiß ich nicht ob das p ein buchstabe ist meinst du das p gilt als buchstabe wenn schon seine könnte also ich weiß ich glaube ich habe das wort ja noch ein paar dinge und ich glaube dass es keine zwei gs gibt weil dann würdest du auf farming simulator kommen oder zumindest nah dran meinst du ist nur eine vermutung ich bin mir nicht zu 100 prozent sicher werde ich zu sein also dann wäre das p gerade kein wort glaube ich nicht oder haben wir noch ein i ja dann ruft doch einfach mal an und fragt halt das war das war ja auch wen muss ich denn da anrufen ich glaube in der hohen kammer ist keiner da ach so da geht einfach mal rein da wird schon jemand kommt das war ja nicht hallo ein wunderschöner tag und tag bin ich da im funk kanal der hohen kammer ich habe richtig eine kleine kurze frage wo muss ich das lösungswort sagen muss ich das mal mein hof typen sagen muss ich das hier bei euch sagen muss ich das in den chat schreiben was muss ich tun um das lösungswort zu lösen wollen möchte wir können das hier gerne sagen farming simulator science farming simulator farming simulator das kann ja gar nicht so zugeben die wörter hier die buchstaben gar keinen sinn kann ich nur sagen das ist falsch ja gut danke tschüss wir können noch es war falsch falsch ja ich finde ich finde es auch so einfach gewesen also weißt du was ich aber denke es ist egal wann wir das wort lösen ob wir das heute müssen oder in drei wochen wir kriegen ja immer die gleichen xp dafür deswegen wir müssen ja nicht irgendwie schnell sein wir können einfach abwarten ist ja jetzt kein großer akt einfach die die fahren ja vor unser gesicht die roten fahrzeuge ja und irgendwann wird es dann wahrscheinlich eindeutig sein oder zahlen hatten wir nicht mehr naja halt in diesen ersten worten waren welche mit dabei aber gab es nur 22 was 23 22 22 nee das hat man nicht ganz viele 31 hatten wir was haben die ganzen projekte denn gemeinsam sind roleplays wir wissen ja auch nicht ob es ein wort ist oder mehrere wörter jetzt weiß ich nicht ob das kein wort und buchstabe gerade war oder nicht ja ich weiß es nicht jetzt weiß ich nicht Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 V-Fass... LAM... LAM... Hier, ich gebe euch nochmal die Buchstaben, ja? Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Der erste Buchstabe ist F. Dann ein A. Ein S. Ein S. Ein L. Ein... Ein G. Ein N. Ein T. Ein G. Und ein U. Frau Cordula? Ja, Franz Friedrich? Da ist in diesem Quest... Mit diesem Internet ist da eine Quest eventuell aufgeploppt, die sie annehmen könnten. Ja, tatsächlich? Da gucke ich direkt mal. Da gucke ich mal. Da gucke ich direkt mal. Da gucke ich mal. Da gucke ich halt. Da gucke ich mal. Franz Friedrich ja ja die Paletten da die ich da verladen soll ja auch unserem Hof hier also auf ihrem Hof ja ja die sind und oben auf unserem Hof da stehen bei dem bei dem Gewächshaus ein paar Paletten und wenn sie mir vielleicht die Tür aufmachen sagen wir mal ja danke ja meine ich auch mal eben den passenden Anhänger holen und dann fahre ich da oben hin ja und da ist kein Frontlader dran an ihrem Traktor oder mache ich das mit meinem Traktor mit ihrem Traktor genau sie haben ja einen mit Frontlader ja ich glaub den hat aber der Damon ne sie haben ja noch einen den anderen der hat ja auch ach beide haben Frontlader achso also es sollte dann eine Konsole dran sein ne achso Gasleitung könnte das Wort Gasleitung sein Gasleitung was zur Hölle ich weiß es nicht probiere hier alle Wörter alle Buchstaben versuche ich hier irgendwie zusammen zu drehen auf jeden Fall kreativ aber da ist kein F drin scheiße stimmt Flugangst Flugangst die Frage ist natürlich ob das zweite G vom Opa wirklich stimmt ich hab ich so zwei Gs aufgeschrieben ah ok na dem glaube ich kein Wort Flugangst würde aber passen Flugangst würde passen auch mit Doppel G ich probiere es jetzt einfach was soll schon passieren das stimmt ein wunderschönen Hallo ich würde das Lösungswort nochmal probieren ja sehr gerne Flugangst wie genau was einmal den Anfangsbuchstaben bitte Flugangst Flugangst ja und der Anfangsbuchstabe ist ein F leider falsch hä ein P Flug einmal in drei Minuten nochmal wiederkommen einmal falsch dann gibt es einmal eine drei Minuten Strafe ich habe es nein laber nicht es hat ein Buchstabe noch gefehlt ich habe es auf jeden Fall ich muss in drei Minuten wiederkommen weil mein erstes falsch war also Flugangst ist es nicht doch aber woher weißt du dass es das ist Flug Pflügen Pflug und ich habe Pflug gesagt und er sagt mir was in der Anfangsbuchstabe ich sage ja ein F er so ne und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen Pflug ich hätte P sagen sollen ne laber nicht doch Flugangst das ist ja absolut und ich weiß auf was das bezogen ist die kleinen Schweine okay ja strong ja toll dann kannst du das ja noch abgeben ja ne kann ich nicht doch kann ich nur ja so theoretisch nicht aber das werden sie jetzt wohl nicht machen oder meinst du weiß ich nicht da musst du erstmal drauf kommen alter ja aber du bist drauf gekommen ja aber nicht auf Flugangst wer schreibt dem Flugangst ich weiß ja ich weiß worauf das bezogen ist aber da werden wir ja kurz worauf denn erzähl mal ach ich hatte mal ein Spielerabend mit so einer und einem anderen Streamer und dort wurde LS gestreamt und dort wurden Flüge 28 Flugaufträge angenommen zum Flügen 28? ja oder 30 oder ich weiß nicht jedes Mal über einen Einflug fertig war gut direkt der nächste angenommen und ich war den ganzen Tag nur am Flügen und da hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann gab es eine Diskussion wegen Flügen und dann kam das Wort Flugangst zustande und jetzt weiß ich worauf das bezogen ist wild zumindest vermute ich das ja das macht ja Sinn stark meinst du drei Minuten sind schon um? nee eigentlich nicht warte noch eine ja aber das ist gut dann haben wir das auch schon mal aber das wird nicht lange dauern bis die anderen das auch haben dann das ist leider wahr aber ich habe gerade schon Infos erfahren dass da Opa und Oma das vor uns schon hatten ach tatsächlich? ja ach so na gut aber ist ja egal bringt ja an der nicht weniger Punkte wir holen später dann auf wenn die Talentbäume sich aufteilen ja aber wir sind eh richtig krass hinterher die sind alle schon ganz fleißig am ja äh am häckseln das sind ja nur die Anfangsdinger ja das schaffen wir schon da mache ich mir keinen noch 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 kein Stress wenn nicht habe ich noch ein Asse aber wie wir die ausbremsen okay so jetzt müssen wir noch drei Minuten um sein so hoch da ja ein wunderschönen ja flugangst mit P das hört sich sehr gut an danke also ist es richtig oder nicht hört sich gut an das ist ja nicht ja nein es ist richtig nice alles klar können wir die Quest jetzt so ab oder müssen wir noch irgendwas machen jetzt die Quest wird gleich sofort abgeschlossen alles klar vielen lieben Dank yo perfekt danke tschüss tschüss oh jetzt sind so okay es war richtig Quest wird jetzt abgeschlossen äh gemacht yay über die aus dem Buchstaben hier wegkann gute Arbeit ja echt das ist super haben wir gut gemacht ja du Mensch Herr Webo genauso sehe ich das auch also ich mache mir da noch keinen Stress noch lange nicht natürlich die Zuschauer haben die ganzen Hintergrundinfos nicht die wissen natürlich nicht dass da so und so und so und so das haben wir natürlich und für die ist das dann natürlich oh der hängt hinterher was ich total verstehen kann was auch normal ist ähm klar machen die sich halt so Gedanken die wollen halt dass ihr Lieblingsteam da haben sie ja was angestellt Franz Friedrich und deswegen sagen die oh der hängt hinterher ja ich merke das schon es ist alles cool und das sollen die auch das ist ja auch alles alles richtig passt alles gut es soll ja Spaß machen Florian 107 genau so schaut es aus ähm ja bitte kam schon ein Stopp nee ah hier ist was auf meine Palette geschwebt ja hab ich hab ich gesehen oh chat ich freu mich so auf meinen neuen PC seit acht Jahren nach acht Jahren hab ich mir ein neues Gerät ich hab so Bock drauf ich will alles haben ich will oh ich dachte ich wär grad ich wär nicht gemutet ach man ey ich will ich will das Ding aufbauen ich will alles einrichten ich will ach ey ich hoffe dass dann endlich Helldivers geht ich freu mich auf meine neue Grafikkarte ich hab vorhin ähm oder was heißt vorhin gestern Abend mal getestet eine 1080 Ti äh vergleicht gegen eine 4080 super boah boah da ist so viel Powerunterschied was holst du denn äh ich hab jetzt grad also Grafikkarte kann ich dir genau sagen ich hab jetzt momentan eine 1080 Ti drin und die wird jetzt nächste Woche aufgepeppt auf einer 4080 super du Franz jawohl ich bin fertig Schmidt ansehen oh sehr cool so dann könntet ihr nochmal in dieses Internet reingucken ja ja dann müssten eigentlich zwei neue ja einmal silageballen die nehme ich mal an und popcorn so ja moin ja moin Opa was geht denn was geht ab nicht viel und bei dir na bist du aber ansehen ne bin fertig hab da fertig angesehen ja und jetzt Opa ich hab das Lösungswort nein ich weiß aber du auch warum weil das Dorf redet wie wir haben das nicht ja als ob was ist das Lösungswort deine Mama wie kreativ sag ich dir du hast eine 40 60 TI und bin super zufrieden also wenn sie beiden wollen Herr Diemen und Frau Cordula dann dürfen sie sich gerne beim Händler die Fahrzeuge für die für die Arbeiten ausladen alles klar das können sie auch später weitermachen Frau Cordula was macht sie denn da wenn ich frage äh paletten verladen ich hörte vorhin nur so oh 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 für 20 XP verlade ich ja 1000 paletten ja gut nehm an XP ist XP so aber meine lieben Freunde damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen wenn es euch gefallen hat das like die eine da will ich noch mitnehmen schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal haut rein